Osa! Du kommst doch genau richtig. Warte, 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 warte. Warte, Killer, warte. Ich bin noch nicht so weit. Okay, let's go. Oh, die heißt schon Einzelkämpfer. Ein anderer heißt Morgenloop. Oh, das ist gut, die Krähenfrau. Die hatten wir schon länger nicht. Oh, jetzt bin ich aus der Puste. Schrauben drehen, modernen Weg. Morgenloop kriegt auf den Dicke. Einzelkämpfer kommt zu mir und will Team-Action machen. Bleib fertig. Sehr gut. Sehr ungünstig. Bist du am Jain? Ich bleib gerade eben, ja. Siehst du die Killer-Hit in der Mitte? Ja. Warum? Und wo ist die Killerin von dir? Wo wird die gerade aufgehoben? Zwischen dir und dem Toten. Oh, bad. Loslassen, jetzt gehst du dich, ich rette. Ich werde retten. Okay. Aber da drüben, zwischen dir und dem Toten, du kommst ja von da. Okay. Okay. Toll, da hast du mal ein Toll hergekriegt hier. Oh, oh. Das ist einmal ganz kurz. Aha. Hat es geklappt? Hat gar nicht geklappt mit meinem Kränen-Mann. so. Darf ich dich schon heilen, oder? Was denn? Ich bin doch gewessen, ich bin in der Verfluchten. Fick. Was? Kommst du auf dich. Oh, Hildegard. Ach, Mann. Ja, natürlich. Das geht immer noch. Die Palette vor sich umwerfen. Die, Alter, die alte geht noch in den Sand. Die geht näher. Ich bin mein Glöckchen. Ich bin das Glöckchen. Ich hau Paletten um und nur vor mich selbst. Ich heile daran, wenn ich umwerfen sollte. Ich bringe alle selbst mich um den Verstörend. Wo sind sie jetzt hingegangen? Ah, sie ist noch vor dir. Mama! Mama, just kill the girl with the curly blonde hair. Entitus. Das wäre doch was. Ja, die kann entsorgt werden vom Planeten. Da, wieder entsorgen. Mist! 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 Lass mich! Jetzt wirst du erst gerettet, meine Gibi. Oh oh, Berti. Ich werde direkt neben dir aufgehangen. Und sie lässt nicht los. Oder was tut ich jetzt? Hä, ich? Ich renne um mein Leben. Wir haben noch nicht einen Jen gemacht, ne? Wir kriegen wieder richtig auf den Sack. Danke. Geh, retten. Hallo. Ja, Chef ist und da jetzt. Also da hinten die Jens, die sind ziemlich weit. So, warte mal, woher nicht denn dann hin? Kommst du von da? Renn ich nach da? So, lass dich nach Arthur machen. Ja, mach ich ja, aber ich muss ja immer gleich noch einen Plan haben. Oh, Hildegard schmiert ab! Die schmiert ab! Die schmiert ab! Die Killerin bei dir, nur so als Information. Ja, ja, ja. Ähm. Ne, rennt weg von mir, aber bei dem Jen ist er noch. Da ist er. Vielleicht heile ich mich doch mal schnell selber. Fisch rette. Sie hat meinen Totem ausgetreten, ne? 2, 1, Rettaktion. Oh, das ist ein Krähen der Tötung. Geh weg, geh weg! Ne, vergiss es. Ich heile dich jetzt nicht da. Du musst te... Oh, das gibt's ja wohl nicht. Das war doch wohl... Das nennt man doch wohl Campen, wenn man zwei Meter hinter... hinterm Schrank steht. Die rettende Hütte, die rettende Hütte, die rettende Hütte. Das ist ja ungünstig. Wo trägt sie nicht die Hütte? Ah. Alter, ich bin ja schon fast tot hier. Ja, du fast. Jawoll, danke. Schmeckt gut. Ach so. Komm, wir sind hier ins Totem-Bereich. Scheiße. Ja, ja. Erfolgt ihr den. Aber wir haben schon einen Jen, ey. Wir sind nicht die Mega-Milken. Oh nein. Ohhhhhhh. Oh nein. Also, dass sie nur an den Schneemann geht, das hat ja nun keiner ahnen können, oder? Sie war im Schneemann, heilig hoch. Ich war, ich war im Schneemann. Aber die verfolgt hier grad wen? Guckt und... Ich komm zu dir, heilig hoch. Sie ist nicht mehr bei dir. Sie kam, guckte und tötete. Okay. Ich schalte dich gleich ganz hoch. Äh. Ui, daneben. Sie wird gleich wieder hierher ballern. Mhm. Sie wird vor allem herkommen. Die eine ist fast tot. Soll ich retten? Willst du retten? Ich geh retten. Ich geh retten. Verbleib du cool. Es wird sowieso Richtung... Nein, ich geh retten. Du sollst cool bleiben. Sie ist hinter der anderen her. Ja, was heißt cool bleiben? Wir haben bis jetzt noch gar nichts geschissen bekommen hier. Hinten rechts ist ein Jen hier. Der ist fast, äh... Fertig. Naja, der war mal fast fertig. Ja, das tickert alles so schnell runter. Ja. Ich lege Hand an und das dauert ewig. Meine Güte. Sind bei mir her? Da kann ich ja... Da kann ich ja hochheilen. Rennst du weg von der liegenden? Bleib hier! Wo ist denn hin? Also ganz ehrlich, du machst es bis jetzt am besten. Oh, sie ist weg. Ja? Aber du... Die Zacken wackeln nicht mehr. Oh! Ich wollte die Kräne loswerden, bin wieder zurück gestiegen. Bin durch Fenster, wieder R1 gedrückt. Oh, ist das dämlich. Haben wir irgendwas gepatcht mal wieder, ne? Ach hör doch, es ist doch gar nichts gepatcht. Das ist PGB, du Lust. Ne, ich hab das Gefühl, die Tastbelegung ist. Oh, ne. Ihr seid alle an einem Jam. Ne, die eine rettet... Ne, weiß ich nicht. Ich nicht. Ich bin hier oben, ich hab mir einen Böller geholt. Ich komm jetzt zu dir. Ne, die andere kommt schon. Die ist direkt bei mir. Oh, ne, sie wird bei mir verfolgt. Okay, dann komm ich. Und von da fennst du in sie rein. Ja, danke. Rennen! Springen! Hildegard! Was ist hinter der anderen her? Soll ich gleich hochheilen? Sag's aber, mein Totem gibt's schon wieder nicht mehr, ne? Oh. Hallo? Hochheilen? Ja, ich dachte, die Kräne kommt zu uns. Ach so. Was ist nochmal, wenn die Kräne kommt? Wir sind langsamer und... Nur langsamer, ne? Und wenn sie dich dann nochmal trifft, dann bist du verletzt. Okay. Waren wir da an den Jam hier hinten dran? Ja. Ja. Es ist wieder fast aus, ey. Ja, ich hab ihm noch mal dringefasst. Ah, der erste ist tot. Ey, wir haben einen Genach hat schon geschafft. Das ist richtig übel. Oh, die nächste tankt. Wird ja auch down gehen, jetzt könnten wir eventuell nochmal retten, aber ich geh retten. Oh, ganz viele Kränen. Ich hab das Gefühl... Ne, hebt auf. Okay, hebt auf. Mal ballern mal den Gen durch, dass wir wenigstens mal einen haben, ey. Ne neue Ausgangslage. Sind wir zu dritt dran, oder was hier? Ja. Ja. Die wird gleich schießen, ne? Die kommt einfach. Ja, die kommt. Ja, die kommt. Ja, die kommt. Ja, die wird dann weg. So, die eine, die geht jetzt down, die darf aber nochmal hängen. Das heißt, ich geh hin und versuche nochmal zu blenden. So. Da hinten ist noch ein Gen, der ist auch schon ein bisschen an. Dumminus! Was? Ich werde grad, aber ich... 60 hochheilen. Echt? Das ist keine gute Idee. Das wird negative Aspekte auf meine Gesundheit auslegen. Was? Scheiße. Ich hab noch meine, meinen Böller. Wo trägt sie dich hin? Links oder rechts von dir? Keine Ahnung. Kriegt mich hoch, geradeaus. Okay. Ich darf ihn nicht mehr. Tschüss! Tschau, Kakao. Mist, Digamist. Oh Gott, warum kommt nichts zu mir? Was ist denn das jetzt? Die ist über mir. Wird die andere verfolgt? Nö, die ist am Jen. Ah, das ist ihr Ausgangspunkt, sozusagen. Ich will da nicht hoch. Die ist am Jen. Die macht echt noch was. Okay. Oh, da ist sie ja. Warte mal, wenn die da ist, dann macht die das Ding. Andere hat 80%. Du musst auch was machen. Ja, ich möchte da jetzt... Oh shit. Das wird sie jetzt nicht mehr schaffen. Aber da hinten, das ist der Jen. Musst du ihn machen. Ja. Das ist er nicht. Nicht? Nein. Hä? Genau ungefähr, wo sie gerade ist. Bei irgendeinem gelben Gefährt. Beim Hügel in der Nähe. Ja, aber warum... Ui. Warum sollte ich mich da jetzt reinwerfen, ne? Ja. Da hinten, da ist er. Jetzt verhält sie dich mal ruhig. Geh in den Schrank und bist ganz ruhig. Ich brauche meinen Böller wieder. Die hebt nicht auf. Oh, deine Töchter. Die treten nicht. Kämmt sie da? Nein, die kämmt doch nicht. Und schnell weg. Shit! Hä? Kommt gar nicht. Ah, die andere. Da siehst du den anderen her wieder. Böse, böse. Und sie geht wieder weg. Das ist so dumm. Kannst du auch einfach warten, bis sie verblutet ist. Nee. Ist langweilig. Aber sie ist wirklich da, ne? Nee. Nicht direkt. Hä? Zwei Meter daneben. Ich sehe sie nicht, aber auch keinen Herzschlag. Schöner Versuch, Hildegard. Fuck. Oh nein, hier fall ich ja runter. Oh, hier ist ja nix. Ihr habt alles verbraucht. Verbrauchsgegenstände. Sehr gut. Der Jen da drüben, der war noch relativ weit. Aber jetzt geht sie da natürlich hin. Ah, Gott. Aber es war trotzdem ein guter Move. Ey, die ist tot. Das ist doch jetzt klar wie Suppengrün. Ah, nee. Das ist es nicht. Kommt zuerst wahrscheinlich zu dir. Langweiliger Killer. Ja, spielt leider wirklich so auf komplett sicher, ne? 4K, ja. Ach, hallo. Ach, da hebst du auf, oder was? Natürlich. Da steht ja wieder ein, wo deine Kralle ist. Mhm. Ich geh schon mal raus. Ich geh erstmal. Ah ja, mit dem Sluggen, das ist echt übel. Denk ich auch. Da muss man aufheben. Da muss man weitermachen. Oder man muss... Wir müssen halt Dings dabei haben, dass du aufstehen kannst. Ja. Darfst du aber auch nur einmal, ne? Ja. Darfst du es während der Runde nicht verballern. Das stimmt, ja. Ich gucke doch mal ganz kurz. Hebt sie jetzt auf, oder steht sie die ganze Zeit rum und guckt drauf? Ne, jetzt hebt sie auf. Ne, sie legt auf. Ja. Oh, schade. Beinahe gekommen. Naja. Und kriege ich wenigstens einen Punkt mit meiner... Oh, tatsächlich einen. War aber auch gut. Oh, du bist der Erster. Warum eigentlich? Das kann ich sagen. Einzelkämpfer hat ja noch keine Punkte bekommen fürs Sterben. Trotzdem, 21.700. Geil. Und du hast 28.000. Ja. 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 Ja.